Hey Spartans, hier ist Gerda, Leadcrypteer für die Spartan Extreme Events in Germany, Austria. Ich bin hier live am Schneeberg nach unserem Event, nach dem Hurricane Heat Mountain Edition. Und ich möchte kurz sagen, wir sind in der glücklichen Lage, wieder Spartan Extreme Events durchzuführen. Hurricane Heat, Hurricane Heat 12 Stunden in Dortmund, in Kulmbach. Ihr seht das auf unserem Kalender. Was hat sich für euch grundsätzlich hier geändert oder was? Wir erachten natürlich immer die nationalen Regularien gemäß der Bestimmungen. Wir halten die Abstände zueinander ein. Wir schauen Tasks einzubauen, wo wir keinen Körperkontakt haben, sondern eben wirklich auf Distanz miteinander arbeiten können. Wir haben für euch natürlich Hand Sanitizer bereit. Einerseits für euch selber in der Gear List, aber natürlich auch durch uns, Krypteas, damit ihr euch ständig sicher fühlt. Und wenn es mal wirklich eng wird, dann schützen wir uns natürlich mit dem Mund-Nasen-Schutz. Also habt keine Angst. Wir sind bereit für euch. Wir können wieder loslegen mit Spartan Extreme Events, Endurance Events. Und ich freue mich auf alle Eure Teilnahmen in Deutschland, in Österreich, wo immer wir uns sehen. Ich freue mich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.